Ich bin Juri Fellner und Sock, willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Abo-Launch, immer am Sonntag von 11 bis 12 und von 18 bis 19 Uhr dann als Wiederholung. Und der heutige und auch der kommende Sonntag stehen dabei ganz im Zeichen des Donauinselfestes. Nächsten Sonntag erinnern wir uns zurück an das heurige 40. Jubiläumsinselfest und heute geht es zurück ins Jahr 2022. Das war damals ja nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder machbar und die Freude darüber war damals schon sehr, sehr groß. Meine Freude darüber, dass Sie jetzt mit dabei sind, ist auch sehr groß und ich wünsche jetzt mal einen schönen Sonntagvormittag mit viel guter Musik. Heute dreht sich bei uns alles um das Donauinselfest 2022 und das war ja schon auch ein besonderes. Die beiden Jahre davor, also 2020 und 2021, mussten ja leider Corona-bedingt ausfallen. Umso größer war dann die Freude auch bei Bürgermeister Michael Ludwig und wie alle hatte auch er damals so seine Highlights. Naja, es ist jetzt am Donauinselfest eine gute Möglichkeit. Ich werde jetzt noch die Schlagerbühne besuchen und wir haben speziell auch für das Wiener Lied einen besonderen Schwerpunkt gesetzt. Da möchte ich unbedingt auch noch vorbeischauen und es wird viel Gelegenheit geben, von den 600 Stunden Musikbeiträge, die wir programmiert haben, hier einiges mitzunehmen. Es gibt aber auch Kabarett, Mitmachmöglichkeiten im Sportbereich. Also es wird für alle was dabei sein und wenn man bedenkt, dass dieses großartige Fest kostenfrei zu besuchen ist, ist das für die Wiener Bevölkerung, aber auch für die vielen Gäste, die zu uns in die Stadt kommen, wie ich meine, zu Recht das größte Open-Air-Festival Europas. Musikalisch ist auf der Goethe-Arbe-Radio-Bühne auch viel los gewesen und die Stimmung, die war großartig. Eine, die dafür gesorgt hat, war die junge kolumbianische Sängerin Laura Ayer. Sie lebt seit sieben Jahren in unserer schönen Stadt und wurde durch ihre erfolgreiche Teilnahme bei The Voice 2019 bekannt, wo sie sich damals den zweiten Platz ergattern konnte. Und wir hören sie jetzt mit La Melosa. Es ist seit jeher Europas größtes Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Drei Tage lang ausgelassene Stimmung, phänomenale Bühnenshows und heimische und internationale Musikstars, das ist das Donauinselfest. Und heute erinnern wir uns in der Abelounge ans Inselfest 2022 zurück. Eine Bilanz von damals spricht Bände. Drei Tage, elf Bühnen und über 600 Stunden Programm. Das Donauinselfest wurde wieder zum Musik-Hotspot Europas. Und ich kann mich noch gut an den Auftritt von Alexander Eder auf unserer Goethe-Arbe-Radio-Bühne erinnern. Mein Gott, na was haben die Mädels damals nicht ekstatisch gekreischt? Kein Wunder, ist sein Markenzeichen doch seine markant-tiefe Stimme. Ja, voll. Viele versuchen halt irgendwie diesen, ja, USP nennt man das, irgendwie zu bekommen. Und ich habe halt irgendwie das Glück bekommen vom Herrgott, dass ich es an der Stimme habe, durch die Tiefe. Ja, da kann man eigentlich nur Vergelt's Gott sagen. Und mit den Mädels hat er es ja eh. Das hört man auch in seinem Song Sieben Stunden, den hören wir übrigens gleich. Aber Alexander, um was genau geht es denn in dem Song eigentlich? Um ein Mädchen, das sieben Stunden von mir weg gewohnt hat. Und ich hätte halt jede Hürde auf mich genommen, diese Fernbeziehung irgendwie aufrechtzuerhalten. Ja, und darum geht es in dem Song. Heute schwelgen wir in der ABÖ-Launch in Erinnerungen. Wir erinnern uns zurück an das Donauinselfest nach Corona im Jahr 22. Auf dem Festivalgelände waren damals nicht nur 800 Künstler und Künstlerinnen im Einsatz. Mehr als 1.000 Ehrenamtliche und Vertreter der Blaulichtorganisationen sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Das Donauinselfest 22 wird uns lange in Erinnerung bleiben, sagte damals Barbara Nowak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. Und sie hat wohl recht behalten, immerhin erinnern wir uns heute eine Stunde lang daran zurück. Damals gab es ja auch für das ABÖ-Verkehrsradio eine Premiere. Damals waren wir zum ersten Mal mit unserem mobilen Studio auf der Insel und haben von dort drei Tage live gesendet mit zahlreichen Interviews und Stimmungsbildern. Und was war das für eine Stimmung, als Thorstein Einersohn losgelegt hat? Der junge, sympathische, gebürtige Isländer, der in Österreich aufgewachsen ist. Ich habe ihn damals gefragt, wo ist es eigentlich schöner? Kann ich wirklich nicht sagen. Es ist eine blöde Frage, weil man einfach nicht kann man nichts machen. Egal was ich sage, ich beleidige Menschen. Also beides sehr schön. Naja, das klingt ein bisschen nach isländischer Diplomatie. Aber gut, lassen wir ihn lieber singen. Hier ist er, Thorstein Einersohn mit Leila. Am nächsten Sonntag dreht sich in der ABÖ-Launch alles ums 40. Donauinselfest, das wir ja gerade erst vor kurzem gefeiert haben. Und zu diesem Jubiläumsinselfest hatten wir ja wieder ein super Line-Up auf der Goethe-ABÖ-Radio-Bühne. Das war aber, muss man ehrlicherweise sagen, 2022 auch nicht anders. Internationale und heimische Musiker haben für Riesenstimmung gesorgt. Unter anderem zum Beispiel der Wiener Wahnsinn. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie sehr sich der Soberl auf den Auftritt gefreut hat. Also wir sind so aufgeregt. Es wird so leiband heute werden. Ich habe die Bilder noch vor drei Jahren im Blick, wo dort 10.000 Leute stehen. Und das werden wir heute wieder haben. Vielleicht sogar um den Tag mehr. Und endlich wieder feiern. Und wir feiern jetzt die Donaustart mit dem Wiener Wahnsinn. In der ABÖ-Launch war heute das Donauinselfest 2022 im Fokus. Alle Facts dazu und natürlich auch die Musiker, die damals bei uns auf der Goethe-ABÖ-Radio-Bühne gestanden sind, haben wir gehört. Unter anderem Laura Ayer, Alexander Eder, Thorstein Einersong, der Wiener Wahnsinn oder auch James Cottrell. Den hören wir übrigens gleich. Jetzt aber nochmal der Hinweis auf den nächsten Sonntag. Nicht vergessen, da dreht sich in der ABÖ-Launch alles um das 40. Donauinselfest, das wir ja gerade erst heuer im Juni gefeiert haben. Ich bin Joey Fellner. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren heute an diesem Sonntag. Und zum Abschluss jetzt jemand, der bei uns, wie gesagt, 22 auch auf der Bühne war beim Donauinselfest. Hier ist James Cottrell. Schönen Sonntag noch.